Lull, jetzt habe ich sie wieder alle in Aufruhr gebracht, aber ich glaube was besseres kann mir gar nicht passieren, weil... Wenn ich nämlich es jetzt mal schaffe... Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Uncle Poppy und wir spielen Stax Shards of Darkness. Ist keiner erwischt worden. Geil, da fliegt der Kronleug da vor der Decke und die sagen, oh alles gut. Hallo! Ableckungsgegenstand, gold. Ah, cool. Coolitschka, obwohl da liegt doch einer. Leute, ich habe doch einen erwischt. Da liegt einer und... Die sagen, nö, ist gut. Als Knurke? Geht denn hier mit dem schief, Alter? Ja. Kann man die nicht irgendwie überraschen? Mit so'n... Kamikaze-Eingriff oder so? Das hätte ich ja schon ganz gern noch, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wuhu! Warum kann ich den nicht angreifen? Das verstehe ich nicht. Und ich weiß, dass wir über das. Es ist keine Rolle. Es ist keine Rolle. Du, ich auch. Warum kann ich den nicht angreifen? Ich würde ja schon gerne einfach nur runterspringen. Äh... Ah, lol! Wieso kann ich den nicht angreifen? Ich würde den ja gerne angreifen, aber irgendwie... Da ist ein Intruder! Bleibt eure Augen offen! Was der? Geil! Wie der ausholt und wie langsam dann die Flasche fliegt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Alter, Schilde, wie geil! Überleg mal, wie der ausgeholt hat. Hier oben bin ich. Hallo? Hallo? Boah, ich würde ja gerne die Möglichkeit haben, von hier oben einfach nur runterspringen. Einfach nur runterspringen und sagen, pass auf, Alter! Ich mache mal so einen Kamikaze-Eingriff. Da kommt noch einer, ne? Oh, scheiße! Du sollst nicht... Komm, du sollst wegbleiben! Hör ab! Jetzt kommt der auch noch her, ne? Arschloch! Sind die hier zu zweit? Boah, das war niemand... Ja, natürlich! Du schärfst ja schon dein Messer, aber... Ähm... Ich muss ja irgendwie noch... Ich habe auch keine Pfeile mehr, ne? Naja... 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 Überfliegerangriff zu machen. Das geht auch bei jedem anderen Spiel auch. Wie zum Beispiel... Bei... Assassin's Creed. Um da mal drauf rumzureiten. Da kann man das ja auch machen. Ne? Das ist weirrt. Das ist weirrt. Hallo? Dreh dich doch einfach mal um. Bitte. Danke. Danke. Gut. Das finde ich voll gut. So, jetzt muss ich glaube ich hier unten rein, ne? Also wir kommen zumindest mal etwas weiter, ey. Alter Schwede! Boah! Okay, ich muss ihn mal ganz kurz hier... klein machen. Wo ist er hin? Ergreife die Flucht. Da ist irgendwo ein Ausgang. Ergreife die Flucht hin. Ist ein Ausgang. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie da wieder... hin? Wo bist du? Ach, oben! Null. Das heißt, wenn der jetzt oben ist, ne? Dann kann ich ja eigentlich... Hier unten so ein bisschen rumeiern. Mal gucken. Hallo? Na? Ja, mach gar nichts. Mach gar nichts. Bleib einfach drin. Bleib einfach da oben und lass uns hier einfach in Ruhe machen. Das ist überhaupt kein Thema. Es ist jetzt gerade etwas schwierig. Verstecken wollen wir nicht. Aber wir wollen hier mal eben raus. So, komm mal her. Wo muss ich denn hin, verdammt? Ach, da oben wieder in den Heißluftballon rein. Alles klar. Ja. Mhm. Mhm. Ach, scheiße. Ich dachte, ich könnte ihn noch irgendwie... äh... beseitigen. Ja, ist ja gut. So geil, Alter. Er ist so cool. So, jetzt sind wir... Also, einen Speicherpunkt hatten wir. Und zwar, als wir hinten an der Kiste gewesen sind. Ähm. Das machen wir jetzt weiter. Siehst du? Äh. Dich verstecken wir noch. Dann muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, dass wir hier ungesehen hochkommen. Kommt es hier wieder runter jetzt, oder was? Ich bin sicher glücklich, dass es nicht ich war. Was denn? Er wurde weg. Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt gehe, dann geht er doch bestimmt auch mit raus, oder? Oh ne, das ist cool. Dann gehen wir ja ganz gechillt spazieren. Und machen uns ganz locker auf dem Weg nach Hause. Das kann nicht möglich sein. Woher ging er hin? Ich bin hier oben. Und mach mich jetzt auf dem Weg nach Hause. Du kommst jetzt nicht mal her, ne? Das wäre jetzt noch fatal. Mal. 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 Wichtigkeitszeit, okay, da waren wir zu langsam wahrscheinlich. Schatten, ausgelöster Alarme, 1. Gnade, getötete Gegner, 21. Ich habe keine Gnade gehabt. Kriegt man da eigentlich auch noch Punkte für, wenn man keine Gegner tötet? Wenn man das wirklich so ganz gechillt macht? Dieb, gefundene Artefakte, 5 von 10. Okay, dann wissen wir, okay. Ausgelöste Alarme haben wir Abzugspunkte bekommen. Das ist natürlich nicht schön. Missionsziele. Steht das Dokument, steht in Sollt, ergreift die Flucht und hänge alle Plakate ab. Das Nebenziel, das haben wir natürlich nicht erreicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Styx Unterschlupf in Tobin. Das war fast zu leicht. Styx hat alle Schatullen mit dem Sollt der Wachen gestohlen, bevor er sich zu seinem Auftraggeber Efron aufmacht, um seine Belohnung einzustreichen. Entschließt er sich zu einem kleinen Abstecher in seinem Unterschlupf, der sich in einer entlegenen Ecke Tobens befindet. So, wir sind bei Styx zu Hause, so wie es aussieht. Okay. Eine Mission wiederholen, Unterschlupf verlassen. Fertigkeiten, Fertigkeiten, Fertigkeiten. Okay. Hallo, hier kannst du dich wieder leveln. Da könnt ihr bitte mal ins Kommentar oder unten in die Kommentare reinschreiben, was Sinn macht, was ich hier als erstes leveln kann. Welche Fähigkeiten? Heimlichkeiten töten? Heimlichkeiten wahrscheinlich und Wahrnehmung. Würde ich jetzt pauschal, eins von beiden würde ich jetzt pauschal machen. Wir haben 380 Fertigkeitspunkte. Wenn wir da jetzt hingehen und wir wollen das haben. Ah, okay, 170 Fertigkeitspunkte. Alter, das ist natürlich schon etwas heftig. Okay. Fertigen. Da können wir nochmal Pfeile machen. Da machen wir nochmal Pfeile, auf jeden Fall. Okay, wir können keine Pfeile mehr. Wir können auch keine Tränke. Da fehlen auch giftige Sporen und hier fehlt Eisen. Turmwärms des Stücks nach. Begenstand wechseln. Okay. Speichern erfolgreich. Unterschlupf verlassen ist da hinten. Was haben wir hier noch? Achso, da ist eine Mission. Wiederholen. Okay. Genau, das heißt, hier könnten wir jetzt zum Beispiel das nochmal alles richtig machen, damit wir auch alle Punkte bekommen. So, und hier geht es dann weiter in die nächste Mission. Okay. Das ist kein Thema. Dann würde ich sagen, machen wir eine Aufnahmepause. Je nachdem, wie ich hiermit weiterkomme, schneide ich gleich das nächste hinterher oder wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis gleich oder morgen. Ciao.